Guten Tag, ich begrüße Sie hier an unserem Stand heute zum Abschied von der Messe. Ich möchte mich über das Thema Schwachstellen in der OT unterhalten. Warum machen wir das? Jetzt machen wir mal ein Negativbeispiel. Hier sehen wir eine Produktionssteuerung, wo scheinbar eine Schwachstelle ausgenutzt worden ist. Das bedeutet, diese Anlage fällt aus. Produktionsausfälle sind natürlich tragisch und schlimm, aber es ist ja auch durchaus mehr dahinter. Es kann der ganze Standort betroffen sein und wir kommen ja auch gerne alle in die Presse, vielleicht im Sport teil, aber mit irgendwelchen negativen Meldungen oder Produktionsausfällen wollen wir es nicht. Also es geht ja darum, Vertrauen zu gewinnen und eben die Sicherheit der Systeme zu gewinnen. Es gibt aber keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist das Problem, weil wir reden ja auch vom Softwarebereich und auch das sind heutzutage sehr komplexe Systeme. Es gibt halt Sicherheitsschwachstellen und wenn man auch sieht, auch das Thema OneKai. Ein Jahr später wird noch gewarnt, dass viele in dem Bereich noch nichts getan haben, dass es hier noch offenkundige Schwachstellen gibt. Das sollte einen zu denken geben. Wir haben auch, wenn es um die Risiken geht, eine Datenbank mit den Schwachstellen, wo sie dokumentiert sind. Das ist ein ganz wichtiges Element, das Sie auch in der Bank und ich sehe, dass wir eben die Systeme gegen die Schwachstellen scannen können, damit überhaupt die Transparenz geschaffen ist, damit man weiß, wo gibt es was zu tun, wo bin ich Angreifer, die Basis, um überhaupt reagieren zu können. Wie sieht es aus, wenn das nicht der Fall ist? Dann stellen wir uns vor, hier eine Produktionsumgebung, klassisch mit den Produktionslagen. Dann kommt ein Servicetechniker, hat sein Notbuch dabei. Was macht er natürlich? Er steckt das Ganze an und dann kann es sein, dass es hier vielleicht infiziert ist, es zu einem Fehler kommt. Und dann sehen wir hier, der Roboter macht irgendwann nicht mehr das, was er soll, sondern fängt an zu tanzen, weil er eben angegriffen wurde und nicht mehr seine Aufgabe ausführt, die er ausführen soll. Das heißt, in der Vergangenheit war es vielleicht so, dass man denkt, ja, da wurde nur Militär, große Institutionen angegriffen, aber heutzutage betrifft es jeden kleinere Mittelständler. Und es geht ja nicht mehr darum, um was auszuspinieren, sondern Schadsoftware, die wirklich Schaden anrichtet, die auch in den Produktionsanlagen, häbliche Schäden anrichten kann. Und das wollen wir natürlich versuchen zu verhindern. Wie kann man hier helfen? Es geht einfach um die Ermittlung, Beseitigung von Schwachstellen. Wie sich das ausgucken, wollen wir uns mal so einen typischen Lebenszyklus einer Schwachstelle an. Erstmal wird sie entdeckt. Das heißt, dann ist sie offenkundig, aber da gibt es ja auch noch lange, keinen Patch. Der kommt irgendwie später. Aber das ist ja auch ein Zeitraum dazwischen. Das heißt, es kommt ja auch so, da muss er auch installiert werden. Wir wissen, im Tagesgeschäft werden auch Patche, die Schwachstellen-Seite nicht immer zeitnah installiert. Das heißt, es gibt den Zeitraum der Gefahr. In diesem Bereich ist man gefährdet. Und wir bieten hier unseren Schwachstellen-Scanner an, der erstmal die Transparenz schafft, der hier Klarheit schafft, dass man weiß, wo gibt es erstmal was zu tun. Im nächsten Schritt haben wir unsere Paramount Managed Software, wo wir für über 70 Produkte schon fertige Pakete anbieten, die automatisch per Download runtergezogen werden und automatisch zeitnah installiert werden können, um die Schwachstellen möglichst schnell zu beseitigen. Das heißt, durch unsere Managed Software schaffen wir hier Abhilfe in diesem Bereich. Der Patch wird installiert, zeitnah, und man hat eben dieses Risiko, diese Gefährdung, zeitnah beseitigt. Um nochmal auf den Überblick zu kommen, auch hier ganz wichtig, die Transparenz in einer Konsole. Man sieht, was sind meine top Schwachstellen, meine top gefährdenden Geräte. Ich habe die Transparenz, also ich weiß, wo gucke ich zuerst hin, was sind die gefährdeten Sachen, was kann mich am meisten treffen. Hier bieten wir jetzt eine Lösung an, unserem Unify-Amport-Management, um das zu beseitigen. Zusammen mit unserem Partner 3Flock, der hier im Security-Bereich der Endpoints, sprich Schlagworte wie USB-Steuerung, Black-White-Listing und mit Baramundi zusammen, haben Sie hier eine Komplettlösung. Wir haben ja auch gelernt, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nicht gibt, aber wir können Ihnen helfen, möglichst nah an diese 100% ranzukommen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.